Mario, was hast du dir gedacht bei diesem Schuss? Ich habe mir schon vor zehn Minuten gedacht, dass die Dorme vom Gegner immer weiter draußen steht. Ich habe mir gedacht, ich brauche nur eine Chance, dann ziehe ich mal ab. Gott sei Dank ist der Ball ins Tor gegangen. War sehr glücklich, aber ich habe ihn gut getroffen. Du hast es echt vorgenommen dort zu schießen? Genau, ja. Wie oft triffst du das im Training, wenn du so etwas versuchst? Das Gute ist, wir trainieren oft von der Mitte, Lattenschießen. Da ist der Ball aber ruhend. Jetzt war er beppelnd, ich habe ihn noch besser getroffen und darum ist so ein Dornestand.